Sarah Jean Wollny möchte endlich wieder vorwärts kommen. Die Wollnys Protagonistin hat in den vergangenen Jahren bereits radikal abgenommen, ihr Wunschgewicht hat sie aber noch nicht erreicht. Das gestaltet sich aktuell auch offenbar etwas schwierig, ihr Gewicht ist gerade mehr oder weniger am Stagnieren. Ich hoffe, ich schwank nicht mehr lange zwischen 83 und 84 Kilogramm. So langsam nervt es, ärgert sich das Rieti-Ständchen in seiner Instagram-Story. Aktuell bringt Sarah Jean 83,45 Kilogramm auf die Waage. Kurze Zeit später sieht die Altenpflegerin das Ganze aber offenbar schon etwas gelassener, was soll ich sagen? Die Waage hat ihr eigenes Leben, ich schwöre. Die macht, was sie will. Aber egal. Ich ziehe trotzdem weiter durch, weil ich nicht das Gefühl habe, zugenommen, sondern eher abgenommen zu haben. Deswegen wolle sie sich nicht zu sehr von der Zahl beeinflussen lassen. Bereits Anfang des Jahres betonte Sarah Jean, dass ihre Abnehmreise noch nicht vorbei ist. Mein Ziel, bis zum Sommer 10 bis 12 Kilo abnehmen. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe, aber ich hoffe es, verriet sie in ihrer Instagram-Story. Daher versuchte sie, auf Süßigkeiten und Fastfood zu verzichten. Der Anfang ist schwer, aber wenn man einmal drin ist, ist es ganz einfach. Die größte Motivation ist, wenn man die Pfunde Purzeln sieht, gab die 25-Jährige zu verstehen.